Das haben wir hier im Podcast schon besprochen. Also ACE2 ist das Schloss, das der Schlüssel des Virus passt. Nun rücken gleich zwei Forscherteams möglicherweise ein zweites solches Schloss in den Fokus. Also einen weiteren Rezeptor, der auch eine Rolle spielen könnte. Neuropelin 1. Herr Drosten, was ist das für ein Rezeptor? Wo kommt er vor? Ja, also man drückt sich da vorsichtig aus. Man benutzt gar nicht unbedingt das Wort Rezeptor, sondern man sagt, das ist ein wichtiger zusätzlicher Wirtsfaktor. Ich würde das auch mal im Moment so stehen lassen, weil nicht ganz klar ist, ob über dieses Molekül Neuropelin 1 wirklich das Virus auch aufgenommen wird. Es spricht einiges an den experimentellen Daten dafür. Es gibt aber auch natürlich in der Virologie andere solche zusätzlichen Wirtsfaktoren, die nennt man dann zum Beispiel Co-Rezeptoren, die nicht einen direkten Eintritt des Virus vermitteln, sondern das Virus zunächst einmal an der Zelloberfläche festhalten und es in die Nähe des eigentlichen Rezeptors bringen. Das nur mal so ganz grundsätzlich gesagt. Aber was hier jetzt gefunden wurde, und da gibt es gerade zwei Veröffentlichungen, auch wieder im Preprint-Bereich, die sicherlich beide auch sehr sichtbar dann offiziell publiziert werden. Das ist jetzt schon klar eigentlich. Da sind also zwei Gruppen, die kommen zum selben Schluss, vollkommen unabhängig voneinander. Die zeigen, dass ein Molekül, das relativ weit verbreitet ist auf Körperzellen, aber auch verbreitet ist, gerade in Zellen der Lunge, also in dortigen Zellen der Oberfläche und auch in Zellen der Nase und wahrscheinlich auch der Nebenhöhlen. Dort ein Molekül exprimiert ist, das Neuropelin 1 genannt wird. Und dieses Neuropelin 1 hat eine bestimmte Bindeeigenschaft an ein Proteinmotiv in allen möglichen Proteinen. Das ist also jetzt nicht von seiner Räumlichkeit her speziell gut passend an das Virus. Also so, dass man sagen kann, das Virus hat sich in seiner Evolution speziell darauf angepasst. So wie das bei anderen Rezeptormolekülen häufig so ist, dass es einfach die reine Räumlichkeit ist. Sondern hier ist es ein bestimmtes Proteinmotiv, das sich befindet in dem Oberflächenprotein des SARS-2-Virus. Und nur beim SARS-2-Virus, nicht bei anderen SARS-ähnlichen Coronaviren oder sonstigen Coronaviren. Und das ist gerade ein Motiv, das wir schon seit längerer Zeit im Blick haben, nämlich die Forinspaltstelle. Also ein Aminosäuremuster, das man ja schon länger im Blick hat, weil eine bestimmte Art von Proteinreifung durch das Vorhandensein dieses Musters, dieses Motivs möglich ist. Diese Proteinreifung, die kennen wir zum Beispiel auch bei bestimmten Grippeviren, bei den hochpathogenen Aviären, Influenzaviren, aber auch bei vielen anderen Viren, die eine ähnliche Art von Oberflächenmolekül benutzen. Und das ist also eine Protease-Spaltstelle, wo ein Proteinverarbeitendes Enzym einen Schnitt setzt in das Protein. Und dieser Schnitt ist notwendig für die funktionelle Ausgestaltung, für die funktionelle Reifung des Proteins. Also das ist ja ein Hauptoberflächenprotein. Und die Aufgabe dieses Proteins ist es, im Rahmen der Annäherung an die Zelle, der Bindung an den Rezeptor, bestimmte Veränderungen in der Gestalt durchzumachen. Und diese Veränderungen, die erfordern, dass sich bestimmte Teile dieses Proteins gegeneinander frei bewegen können. Und diese Beweglichkeit, die setzt wieder voraus, ist, dass das Protein in Einzelteile zerschnitten wird. Also Sie müssen sich das wirklich vorstellen wie so ein Bastelbogen, wo Sie noch an bestimmten perforierten Stellen erst mal durchreißen müssen, um daraus dann etwas zu machen. Also stellen wir uns vor, so einen Hampelmann zu bauen zum Beispiel, den man so ausreißen kann aus so einem Bastelbogen. Genauso ist das bei diesen Virusproteinen auch. Also da sind Teile, die müssen sich gegeneinander bewegen können, damit das Ganze funktioniert. Und diese Perforationsstellen, die sind eben in unterschiedlicher Weise ausgestaltet. Und da gibt es eben diesen wesentlichen Unterschied zwischen SARS-2 und dem alten SARS-Virus, dass es da diese zusätzliche Perforationsstelle gibt, die Forinspaltstelle. Das heißt ja aber, Sie hatten gesagt, man hat das schon länger im Blick. Neuropilin, ACE2, da muss es ein Zusammenspiel geben. Geht es da um das Andocken oder geht es auch um die Vermehrung des Virus dann in der Zelle? Also das ist zwischen Neuropilin und ACE2, irgendein Zusammenspiel gäbe, das hatte man nicht im Blick. Das ist nicht der Punkt. Das ergibt sich dann natürlich auch logisch. Aber was man vielleicht im Blick haben konnte, ist, dass dieses Neuropilin einfach ein bestimmtes Muster erkennt auf dem Protein. Und das ist genau diese Perforationsstelle, diese Forinspaltstelle. Und viele Proteine, die solche Forinspaltstellen haben, die gibt es übrigens auch im normalen Zellstoffwechsel, solche Proteine, die werden eben durch Neuropilin gebunden. Und das hat auch häufig einen Sinn. Also da können zum Beispiel bestimmte Arten von Wachstumsfaktoren ihre Wirkung entfalten. Also Wachstumsfaktoren, die angeschwommen kommen über das Serum, dann ins Interstitium gehen, also in den perizellulären Bereich. Und dann eben binden an die Zellen, die dieses Neuropilin tragen und dort Signale auslösen. Das können zum Beispiel eben Informationen sein für das Wachstum des Gefäß- und Kapillarendothels. Und jetzt hat eben dieses Virus ein Motiv, das da auch dran passt. Und dadurch bindet es zunächst mal an die Zelle. Und das tut es zusätzlich zum ACE2. Also das ACE2 ist ja das eigentliche Oberflächenmolekül, der eigentliche Rezeptor für das Virus. Und die Wissenschaftler hier in beiden Studien, die zeigen auch, dass immer noch die Bindung ans ACE2 eigentlich viel wichtiger und durchgreifender ist für den Eintritt des Virus. Also ohne das ACE2 geht es dann doch sehr schlecht. Aber es sieht ein bisschen so aus, als könnten sogar einige Viren eintreten in die Zelle, wenn nur dieser Rezeptor da ist, nur dieses Neuropilin. Aber wie gesagt, das läuft sehr schlecht. Also damit könnte das Virus sicherlich nicht zu einem epidemischen Krankheitserreger alleine werden. Allerdings diese zusätzliche Verfügbarkeit von Neuropilin, gerade auch an Schleimhäuten des oberen Respirationstraktes, könnte durchaus der entscheidende Änderungspunkt gewesen sein, wie dieses SARS-2-Virus eben diese Übertragbarkeit über den oberen Respirationstrakt gewonnen hat. Und damit dann natürlich auch letztendlich zu einem Pandemieerreger geworden ist. Noch mal die Frage, geht es da auch um die Vermehrung des Virus dann in der Zelle? Ja, da geht es natürlich um den Vermehrungszyklus. Also der Zelleintritt ist ja einer der wichtigsten Schritte im Vermehrungszyklus des Virus. Und der wird eben effizienter gemacht. Das Virus kann besser in die Zelle eintreten, mehr Virus pro Zeit, so kann man sich das ungefähr vorstellen. Durch dieses zusätzliche Vorhandensein eines weiteren Anheftungsfaktors an die Zelle. Wir haben ja gesagt, es geht um zwei Studien. Die eine ist aus Bristol größtenteils. Die andere ist eine Studie aus München mit Beteiligung von anderen Forschern natürlich, wie das immer so ist, unter anderem aus Helsinki. Eine der beiden Studien befasst sich ja auch mit der Frage, wie das Virus ins zentralen Nervensystem transportiert wird. Wir haben da schon darüber gesprochen, dass natürlich diese Geruchs- und Geschmacksveränderungen, die immer berichtet werden, darauf hinweisen, dass das Virus in diese Richtung geht. Welche Rolle spielt da dieses Neuropelin I? Ja, dieses Neuropelin, das ist auch auf den Oberflächen dieser Sinneszellen offenbar stark ausgeprägt, also im Riechepithel an der Nase. Und es sieht so aus, als würde auch der Eintritt in den Riechkolben, der ja selbst Teil des Hirns ist. Das ist also ein Ausleger des Hirns, der so im Schädel ans Nasendach geht. Und dort gibt es so eine kleine löchrige Stelle im knöchernen Schädel, wo dann Riechfasern durchziehen. Dass also der Eintritt des Virus ins zentralen Nervensystem letztendlich, wenn man so will, ins Hirn, auch durch die Bindung an diesen Neuropelin, jetzt sage ich auch Rezeptor, begünstigt wird. Kann sich das auswirken als Erkenntnis auf die Medikamentenforschung? Also dass man sich überlegt, wie kann man diese Interaktion stören? Genau, ganz prinzipiell ist ja jede neu gewonnene Erkenntnis über eine kritische Stelle, an der so ein Virus mit der Zelle interagiert, immer auch ein pharmazeutisches mögliches Ziel. Also man kann sich immer dann überlegen, ein Molekül zu machen, zu designen oder auch zu screenen aus einer Library, aus einer Sammlung von verschiedenen Kandidatenmolekülen, um zu überprüfen, ob vielleicht diese Interaktion zwischen Virus und Zelle gezielt gestört werden kann. Jetzt ist aber natürlich, das muss man sich immer klar machen, jetzt ist so ein Molekül wie das Neuropelin auch natürlich nützlich für den Grundzustand der Zelle und für das normale Funktionieren des Körpers. Und da sind dann immer die Abwägungen, das für und wieder zu machen. Also die Frage ist immer, wenn man so eine Interaktion stört, wie sehr stört man nebenbei auch dann das Funktionieren des normalen Körperstoffwechsels mit? Und da liefern diese beiden Studien jetzt hier noch keine Antwort. Das ist eben wirklich ganz am Anfang. Also das ist eben die Grundlagenforschung, wo man sagen muss, das ist jetzt schon sehr belastbar. Ein Hinweis darauf, dass es eine neue Interaktion gibt, die es jetzt zu beforschen gilt, wo man jetzt einfach schauen kann, mit welchen Substanzen. Hier wurden jetzt jeweils nur monoklonale Antikörper getestet. Da kann man also deutlich weitergehen, also mit Substanzen, die kleiner sind, die besser an solche Oberflächen rankommen als ein Antikörper. Da kann man schon versuchen, jetzt eben Studien zu machen. Zunächst mal biochemische, molekularbiologische Studien, die man dann aber in nächster Ernährung natürlich in Tiermodellen ausprobieren muss, um zu sehen, ob es bestimmte Nebenwirkungen gibt. Weil Sie jetzt schon sagten, Antikörper, könnten da künstlich erzeugte Antikörper eine Rolle spielen? Das Prinzip Passivimmunisierung haben wir ja auch schon thematisiert hier. Ja, das ist natürlich eine grundsätzliche Strategie, die im Moment auch gewählt wird. Nicht nur jetzt hier gegen dieses Neuropilin oder gegen die Interaktionsstelle, sondern natürlich auch gegen die Rezeptorbindung an ACE2 mit monoklonalen Antikörpern, aber auch gegen das Oberflächenprotein des Virus direkt. Und da laufen natürlich viele Studien im Moment. Und es sind schon sehr vielversprechende Antikörper gefunden und auch veröffentlicht worden.